Hallihallo und herzlich willkommen hier aus der Semmering-Bahn bzw. von der Semmering-Bahn. Ich stelle euch eine Mod vor und zwar 1. und 2. Klasse-Wagen als Mod für den PC vom H-Enjoyer, heißt der Modder. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Ganze natürlich nur für den PC. Und was die Mod macht ist, dass wir tatsächlich 1. Klasse-Wagen haben. ÖBB 1. Klasse-Wagen. Guckt euch mal die Fahrräder an, wie cool. ÖBB 1. Klasse-Wagen. Wir haben ja nur mit der Semmering-Bahn die 2. Klasse-Wagen. Die BMZ-Wagen. Und hier ist es so, dass wir jetzt 2. Klasse-Wagen mit dazu bekommen. Dafür brauchen wir die God-Mode und gehen dann hier auf Runtime-Timetabling und suchen mal, können dann hier in der Suche nach OBB, ÖBB können wir dann eingeben. Und dann haben wir hier diese BMZ-Coach. Das sind die originalen Coaches, also der originale Wagen, der mit der Strecke mitgeliefert wird. Wenn wir aber weiter runter scrollen, dann haben wir hier einmal dieses RVD-OBB-AVS. AVMZ-Coach und den BMP-Z-Coach. Da klicken wir jetzt einmal drauf, auf den AMZ-Coach. So, der ist da. Und wir spawnen hier mal auf dieses Gleis das BMZ, den BMZ-Wagen hin. Dann können wir uns das Ganze jetzt mal in Ruhe angucken. Genau, das sind die beiden Wagen. Hier ist auch noch irgendwie so eine Formation mit AVMMZ und Nightjet. Aber ich bin mir nicht genau sicher, was die machen. Und da passiert auch nichts, wenn ich da drauf drücke. Deshalb weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Genau, ihr müsst nach diesen beiden Wagentypen suchen. Und dann haben wir hier tatsächlich diesen 1. Klasse-Wagen. Ihr seht es auch hier mit dem Branding AMZ. 1. Klasse-Wagen Wien. Sieht sehr, sehr gut aus. Und da können wir natürlich auch reingehen. 1. Klasse Abteilwagen, Nichtraucher. Und wir können dann hier hinaufsteigen. Die Tür aufmachen. Das Ganze hier, Bedienpult ist da. Und dann sehen wir auch das unterschiedliche Interieur hier an dieser Stelle mit den Sitzen, die diese Ledersitze hier haben. Anders als die 2. Klasse-Wagen, wo das Ganze ja so einen Polsterbezug hat. Und genau, ansonsten ist der Wagen halt gleich, so wie wir ihn kennen, wie wir die Abteilwagen halt eben auch von der Strecke kennen. Nur eben dann mit dem unterschiedlichen Innendesign hier. Und von außen sieht das Ganze dann eben auch anders aus mit dem 1. Klasse-Branding. Wir können dann einmal... Ja genau, hier können wir dann nicht raus, weil hier ist irgendwie so eine Hitbox. Ah, wobei doch, wir konnten da doch durch. Also die Mod, muss ich an dieser Stelle sagen, ist nicht ganz vollständig. Sie ist nicht ganz, sagen wir mal 100% fertig. Aber der Modder hat gesagt, dass er ein bisschen Motivationsprobleme hat und deshalb das Ganze jetzt einfach schon rausgegeben hat. Und wer das Ganze aber weiter modden möchte, der kann das ruhig machen. Genau, also haben wir hier 1. Klasse-Wagen und dann haben wir hier diesen anderen, diesen 2. Klasse-Wagen. Nämlich diesen, der ist auch ohne Branding, BPMZ war das, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und da ist die Sache, der Wagen ist nicht ganz fertig. Also wir können die Tür zwar aufmachen und dann sehen wir aber hier schon von den Texturen her, passt das schon nicht mehr so ganz. Das sind jetzt keine richtigen Texturen und wir können das ja auch hier nicht mehr durchgehen. Der Innenraum ist jetzt nicht zu betreten. Wir können hier wieder raus. Moment. Einmal wieder raus. Einmal wieder raus. So, mit Anlauf geht's. Wir können die Tür schließen. Wir sehen auch hier, wenn wir die Tür aufmachen, dann sehen wir auch, dass die Animation nicht so richtig klappt. Von innen, von außen ist aber die Tür da. Also keine Sorge. Und wenn wir jetzt mal in die Kamera reingehen und dann ein bisschen hochfliegen, dann sehen wir auch, da fehlt auch zum Beispiel das Interieur hier. Moment einmal die Schärfentiefe auf 100% gestellt. Na, ihr seht, das Interieur und die Textur und so, das fehlt alles. Aber da hat eben der Modder gesagt, dass er das selbst nicht mehr weitermachen möchte. Oder zumindest aktuell nicht mehr weitermachen möchte. Falls aber einer von euch da begabt genug ist, das weiterzuführen. Die Mod kann er sich gerne bei ihm melden. Und hier vielleicht noch das entsprechende Interieur hinbasteln. Ich glaube, das sollte nämlich eigentlich ein Großraumwagen der zweiten Klasse werden. Aber wie gesagt, das ist nicht fertig. Haben wir aber trotzdem, ne? Hier den zweite Klassewagen. Wir haben ja auch so schon den zweite Klassewagen. Und aber den erste Klassewagen mit dem entsprechenden Interieur. Und das sieht schon ganz cool aus. Und dann können wir eigentlich, wenn wir es so wollen, im Fahrplan ist das Ganze hier nicht einsetzbar. Also es ist nicht so, als würde dieser Wagen dann automatisch im Fahrplan erscheinen. Aber natürlich können wir uns dann selbst hier einen Zug zusammenstellen. Wenn wir dann hier uns noch weitere Wagen erzeugen möchten, können wir natürlich noch einen BMZ-Wagen hinsetzen. Können wir dann einfach weitermachen und, ja, sagen wir mal noch so vier, fünf weitere BMZ-Wagen. Und dann könnten wir uns natürlich hier eine Lok hinspawnen. Machen wir das mal mit der 1116. Hier die Lokomotive. Auch ruhig mal mit einer Lackierung. Weil, warum nicht? Ich zeige ja immer gerne irgendwelche Lackierungen. Nehmen wir diese Job mit Sinn-Lackierung. Dann spawnen wir uns die hier hin. So, das lädt jetzt einen kleinen Augenblick. Na, da ist sie auch schon. ÖBB heute für morgen für uns. Nächster halt Job mit Sinn. Ich weiß nicht genau, von wem das Repaint ist, aber es sind die üblichen Verdächtigen, die halt eben diese tollen Repaints machen. Dann können wir uns einmal hier in den Führerstand setzen. Fahrtrichtungswender rein und in Rückwärtsstellung. Bremse lösen. Lockbremse gelöst. Und dann können wir ankuppeln. Und ich hoffe, das funktioniert dann auch mit dem Kuppeln. So, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Das ist ja der ganz normale Wagen, der der Strecke mitgeliefert wird. Und da dürfte es keine Probleme geben. Geht das schon? Ja, das geht schon. So. Und jetzt müssten wir eigentlich auch noch hier in diesem Wagen dran kuppeln können. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So, Bremse lösen. Und langsam Leistung aufschalten. Jawohl, der Zug rollt. Leistung runternehmen. Und rollen lassen. Und bremsen. Jawohl. Und das funktioniert auch, wie ihr seht. Die Tür können wir natürlich schließen. Jawohl, das funktioniert. Und dann haben wir jetzt einen 1. und 2. Klasse Wagen hier am Haken. Und können dann, ihr kennt das ja dann ganz normal, über den Free-Roll-Modus. Wir können dann hier eine Route setzen. Und sagen, ja, wir fahren jetzt einfach hier hin. Bestätigen das Ganze. So. Bremse lösen. Fahrtdichtungswander natürlich in Vorwärtsstellung. PZB machen wir uns dann auch noch an. Und fahren jetzt einfach mal die paar Meter. Wobei ich glaube nicht, dass wir jetzt komplett bis Neuenkirchen fahren. Aber einfach nur als kleiner Proof-of-Concept, dass das Ganze hier funktioniert. Machen wir ganz kurz die Lichter auch noch an. Und dann können wir jetzt hier über die Semmering-Bahn oder auch über jegliche andere Strecken, die wir hier so besitzen, können wir mit den 1. Klasse Wagen durch die Gegend rollen. Ah, das Licht auch noch an. Licht-Texture-Mod ist auch übrigens mit dabei. Auch sehr, sehr schön. Und sehen hier den 1. Klasse Wagen, die er mit rollt. Und das macht den Zugverband einfach schon mal ein bisschen kompletter. Und ich finde, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Hier kommt uns entsprechend ein Zug entgegen. Railjet-Log. Eben nur mit 2. Klasse Wagen. Wie gesagt, das Ganze ist nicht im Fahrplan in diesem Sinne automatisch schon drin. Da sind wir jetzt immer noch nur die 2. Klasse Wagen. Aber wir können wenigstens unsere eigenen Zugverbände nun mit dem 1. Klasse Wagen erstellen. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare hinein. Ansonsten ein Link zu der Mott, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung. Und hinterlasst dem Morder gerne einen Daumen hoch da. Unterstützt ihn. Sagt ihm, hey, das ist toll. Oder vielleicht könnt ihr ihm sogar reinschreiben. Kannst du nicht vielleicht noch die 2. Klasse Wagen fertig machen? Wer weiß, vielleicht motiviert ihn das ja. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.